Ich höre immer noch, dass die Zombies sind hier noch. Oh, sie sind hier. Hallo. Tot. Nein! Ich wollte schon sagen, du hättest dich meine, und, hast du jetzt eine Aufnahme laufen lassen, oder du hast noch nicht gestartet? Nee, ich hab's noch nicht gestartet. Warum nicht? Das heißt, Aufnahme werden gleich wieder starten. Ja, ich will meinen Platz wieder zurück. Du warst dann in der Mine, du warst eben mitten in der Aufnahme. Hä, mitten in der Aufnahme? Nein. Mitten in der Aufnahme warst du doch in der Mine, oder nicht? Ja. Also, warum hast du dann nicht da wieder gestartet? Hm, na gut. Okay. Soll ich noch mal runter gehen? Na gut, okay. Oh, man. Ich mach hier alles fertig und mach mich alles so. Äh, die Spinne, die macht mir auch noch Angst. Ich hab nix. Aua! So. Hier fängt Mika um. Ja, so, ich bin ein Hase. Ach, hier. Ja, die hockt jetzt gleich auch auf'n Dach, oder? Doch, nicht. Ja, die hockt gleich auf'n Dach. Ich mach jetzt. Ja, die jetzt hockt jetzt auf'n Dach. Schon wieder. Ja. Ich mach hier noch unten drunter. Ja, Mann, doch nicht. Kann ich auch irgendwo auf'n Wasser landen? Oh, ja. Ja. Gut. Okay, ähm. So. Ah, Mann. So. Ah, Mann. So. Ja, ich muss hier rauskommen halt. So. Okay. Äh, wo stand ich denn jetzt grad? Äh. Äh. Scheiße. Ah, ja, hier. Okay. Hab ich noch ne Fackel? Nee, scheiße. Okay. Okay. Gut. Dann. Eins, zwei, drei. Hallo und herzlich willkommen zu einer achten Folge FidoBs Ultimate. Und wer dabei ist, ist der Martin und der Peter. Und wenn ich meine Zuschauer vielleicht ein bisschen wundern, wisst es aber, was denn da passiert ist. Der ist ja zur Zeit gestorben. Zwischen Aufnahmen. Ja. Wenn der hier Lee ist, John. Zwischen Aufnahmen und wieder hier stirbt er noch dabei. Dann hat's doch nicht mehr auf'n Aufnahme oder was nicht. Gut. Ihr könnt vielleicht dann bei Martin vorbeischauen an das Video, wo es ein bisschen witzig war, wo ich bisher immer zweimal gestorben bin. Könnt ihr das gleich mal ansehen. Na gut, es war jetzt nicht so lustig, aber ich bin halt, äh, mit einem Fehler gemacht. Aber, naja. Okay. Und ich weiß jetzt nicht, was hier ist. Hier, einer brüllt hier rum. Hier ist ne, äh, zum. Oh, ich weiß nicht. Oh. Ah. Oh, gosh. Äh. Ich schreitze dich schon wieder. Ja, das ist so laut, man. Ich... Man hört's. Kann ich mich ertra... Okay. Der hat keine Augen. Okay. Äh, ja. Ja. Und wie ihr seht, ich bin hier in der Höhle von Martin. Ich wurde hier gefangen. Nein. 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 Spaß. Spaß. Ich wurde nicht herrangen genommen. Ich bin einfach hier nochmal runter gegangen. Und man muss gucken, ob ich noch was hier finden kann. Und, ja. Ich hab nur... Nur scheiß Kohle. Aber, naja. Er holt die Heckkohle jetzt auch. Ähm. Ja. Geist. Aber ich sammle mal bisschen Kohle. Geist noch. Ich glaub, ich hab eh wohl bald die Turtle wieder losheizen in den Bereich der Arbeit ausräumt. Weil den Schacht hab ich ja nicht selber ausgehoben. Das war ja die Turtle. In den Schacht. Ja. Ja. Das hast du mir auch schon... Das... Das tut schon... Das hat ja auch selbst abgebaut, ne? Alles. So bei dir. Äh. Ja. Diese ganzen... Ich glaub Steine hat das abgebaut oder so. Glaub ich, ja. Ich weiß nicht, wie... Was man davon craften muss. Davon. Was man braucht. Aber ich find sowas wirklich cool. Ja. Wir haben immer noch... Wir haben immer noch den Dominion-Items hier auf dem Server. Also... Fast alles ganz nah tun. Fast alles ganz nah tun. Du hast... Du hast nur eine davon gehabt, ne? Oder hast du mehrere? Ich hab natürlich nur eine von denen du macht bisher. Oh. Okay. Wenn du jetzt... Wenn du bisschen mehr hättest, dann hätt ich dir einen bisschen... Hätt ich dir einen mal kurz... Äh. Genau. Du brauchst das dann immer halt auf Heulen um zu arbeiten. Sozusagen halt... Alphotisten zu laden. Okay. Es ist heute... Ein... Sehr stürmiger Tag. Und... 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 Es... Okay. Ich wär fast wieder runtergefallen. Aber... Wir sind... Passiert. So. 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 Man. Wird das so laut. Hi Martin. Was ist da noch leckerste? Oh! Aluminium. Das brauch ich kurz. Äh. Du brauchst Aluminium, oder? Ja. Ich brauch acht davon. Ich brauch acht davon. Ich brauch acht davon. Was ist das Aluminium? Minium. Ja. Ja. Warte mal. Ich will mir... Boah. Kann das mal aufhören zu gewittern? Wo haben das hier? Äh. Ne. Hier. So. Ich will mir nämlich ein... Ähm... Ein... Äh... Ein... Minimum... Minimum... Stein machen. Ich meinst du brauchst du Schatz auf Minimum? Das meinst du? Die Frau hat das... Das brauch ich. Ja ich... Ja ich... Aber... Ja ich... Ja ich... Ja ich... Minimum... Stone ist auf Deutsch übersetzt. Okay. Wundert mich. Ja. Das war noch ein Schuss. Naja. Ah mann. Dieser Gewitter. Mal aufhören. Okay. Gewonnen gerade. So. Unscherp. Und äh... Stone Träger? Was ist mit Stone Träger? Hab ich denn das jetzt ge... Was war nicht da? Wo war das? Ah hier. Ach der ist echt auf Deutsch übersetzt. Okay. Wundert mich. Nein. Hast du... Hast du... Hast du eine Goldbahn Martin? In der goldenen Kiste? In der goldenen Kiste hab ich gesagt. Ah hier. Ah 11. Okay ich brauch nur einen davon. Ich hab jetzt auch gesehen genug. Will ich nicht. So. Brauch ich noch was? Moment. Oh was ist das denn? Schaltplatte? Okay will ich nicht. Keine davon. Ähm. Ähm. Ja. Okay. Ja. Äh. Da wo... Wie kannst du denn den Stein brauchen schon da eigentlich? Oh. Das ist der... Sletternden Channenboden. Gibt ja. Ja gar nett. Ach man. Ich brauch ganz normalen Stein. Okay die muss ich dann... Äh. Bei einem Ofen dann... ...antraten. Und dann... Und dann... Und dann ist... Und dann ist... Und dann ist der Labe da also. Die läuft dran. Nur noch nur auf Nopps. Auf der Reserve. Die Maschinen unten. So. Oh das macht der Peter so. Die Zeit. Ja das macht der Peter so. Von ihm noch nichts gehört. Und dann ist der Teil der Zweck. Ne. Das macht doch. Na gut. Tuch. Schau. Ich hab ein Hünder geschlagen. Sorry. Man hat's gehört. Ja gut. Weil meine Hühner immer die ganze Zeit... Wunsch könnte eins schlachten. Oder zwei. So. Okay. Und dann ist der Teil der Maschinen. Ja. Äh. Wann kommen wir in der Ölpumpe kommen? Oh ich werde gleich noch wissen... Wir müssen mal von einer. Den. Da. Wann kommen wir in der Ölpumpe kommen? Ich hab schon drei Quälden. Ja. Ich hab ja auch noch hier. Das ist schon wieder der Inventarfall Vielleicht auch noch das Inventar so schnell voll Ich glaub ja, das ist es Der Inventar ist schon wieder voll hier beim abbauen Und das Bär ist hinter meinem Haus Ich bin doch noch ein bisschen am Ter vor mir Ich hab hier gefunden Ich hab hier gefunden Ich glaube ich... Die Tür tun dich an Die Tür tun dich anscheinend hierher holen Ach, ach man, ich hab noch was vergessen Ich hab diesen Eisenrausch noch Ähm, oh, ich hab noch was gehört Oh, das kann ich So Echt Ah, ich werde das level noch da Ich werde das Hmm So Ich werde das Ich werde das Ich werde das Ich werde das Ach so, ich glaub das noch was nach So, das ist die 43, die aktuell ist die 44 Ich bin ein Glück, ich bin hier ein bisschen auf Ah fuck, ich hab das Aluminium noch, was du noch? Ähm, wo war das Aluminium? So, ja, Aluminium So, du du shitier Ja, ich bin hier. so Boah kann das mal aufhören zu regnen Nein Ich werde noch wenden an dem Akt noch nicht Es scheint auch schon eher dunkel zu werden Die Vattelnden gewinnen an Licht Die sollten wieder schon neun runter Das sind nicht ein blöden Abstädchen in den Keller Schmuck mal So Wie macht man dieses Feuer? Schmuck mal Lohnstaub Achso ich musste einen davon töten Der Triple Martin hast du bei dir irgend... also hast du bei... äh... bei hier in F2Bs... ähm... Hier so ein Netta Portal oder so? Wir haben hier noch keins Oh schade, na gut Wir haben hier noch keins, sonst andere können wir schlecht verwenden Okay, ähm... hast du vielleicht... also... Lohn... Lohnstaub hast du auch nicht, ne? Komm jetzt mit den Deutschen mit den Schriften an, ey Hast du das gelohnt? Nein, Place Potter habe ich nicht Hört nur so ein bisschen nervös, wir löschern aber anders unter denen Ich guck mal nach, ob ich noch was bauen könnte Ich bin jetzt in die Wüsten, die noch Place Potter auf haben Was ist denn jetzt so cool? Es gibt Blumen, die Place Potter haben Weil sie hier jetzt zu haben sind sie dann... wenn sie sich anvisieren sind sie dann so... wenn sie sich anvisieren, sind sie dann immer wieder Lila Ok, mein Eis ist innen, bald kaputt, ne, ich mach das nochmal mit, so, cool, du bist ja, wir nutzen den Raum, wo ist das für einen Raum? Da ist es so eine andere Tür, Nix besonders Ja Ähm Gut Ja 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 Jetzt ist es hier dunkel Und da ist eine Spinne Ich hätte die Brustung selbst kaputt gemacht, aber nein Ja, und an dieser Stelle endet die Folge Ich müsste sagen Äh, hat das recht Willst du jetzt schon enden, oder was hier? Ja, denkst du nicht? Das war schon ein bisschen lange? Wir sind doch schon 20 Minuten Ja, 20 Minuten sind noch ein Uh, uh 20 Minuten sind doch ein bisschen Naja Alle vollen sind eigentlich schon 21 Minuten lang Ja und? Können wir doch machen 20 Minuten Ähm Ja Wir sind doch noch 3 Minuten sozusagen Oder bisschen So etwas Naja Äh Äh Na gut, äh Ne An dieser Stelle ende ich jetzt Ähm An dieser Stelle endet Hier diese Folge Und Da würde ich sagen Äh Sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder Und haut rein Und Macht's gut Tschau Tschüss 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 Nein Falsche Taste Josh Tschüss Tschüss Untertitelung des ZDF, 2020